Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Die Deutschen sind unzufrieden mit der einseitigen Berichterstattung in der Mainstream-Presse. Und sie leisten sich eine eigene Meinung. In einem Interview sagte unlängst der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete und Außenpolitik-Experte Willi Wimmer, ich zitiere, Man braucht ARD und CDF nicht zu sehen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Ich brauche, um zu wissen, was auf der Welt geschieht, diese beiden Nachrichtensender aus Deutschland nicht. Dies sehen auch immer mehr Mitbürger so und sie bringen ihren Frust deutlich zum Ausdruck. Fast alle großen Fernseh- und Zeitungsredaktionen werden geradezu von einem Sturm an Leserbriefen, Zuschriften, Anrufen und Kommentaren auf Onlineportalen heimgesucht. Hierdurch bringen die Zuschauer oder Leser deutlich zum Ausdruck, dass sie deren einseitige Berichterstattung satt haben. Wer einmal die Kommentarspalten auf den Internetpräsenzen dieser Redaktionen liest, sieht, wie sehr die Meinung der Bürger von dem abweicht, was in Fernsehen, Radio, Zeitungen und Zeitschriften verbreitet wird. Die Medienwäsche nach dem Muster Böser Russe und Guter Westen zeigt ganz offensichtlich nicht den gewünschten Erfolg. Dies belegen auch verschiedene repräsentative Umfragen der letzten Wochen. Die Mehrheit der Deutschen will demnach keinen Krieg mit Russland. Und die Mehrheit der Deutschen hat das Vertrauen in NATO und EU verloren. Die überwältigende Mehrheit, nämlich 84% der Deutschen, rät von einer militärischen Unterstützung der Ukraine ab, ist demnach gegen einen NATO-Einsatz. Sie plädiert für Neutralität gegenüber Russland und für eine deutsche Vermittlerrolle. Auch sind fast alle Befragten, nämlich 92%, gegen den Abbruch der politischen Beziehungen mit Russland. Ein Journalist der Wochenzeitung Die Zeit fasst diese Realität mit einer gewissen Bestürzung zusammen. Ich zitiere. Zitat Ende Außerdem, liebe Zuschauer, gehen immer mehr Menschen in Berlin und anderen deutschen Städten bei Montagsdemonstrationen auf die Straße, um dort ihren Unmut öffentlich kundzutun und für den Frieden einzutreten. Und es sind nicht mehr nur einfache Bürger, die ihre Stimme gegen Politik und Medien erheben. Immer mehr namhafte Personen stimmen ein in den Chor der Medienmüden. Zugleich sprießen unabhängige Medienplattformen wie Klagemauer TV auf der ganzen Welt aus dem Boden und geben den mündigen Bürgern das, was sie verlangen. Eine Möglichkeit, sich auch anhand von Gegenstimmen eine eigene, ausgewogene Meinung zu bilden. Wir verabschieden uns heute mit einigen Zitaten aus den zuvor genannten Kommentarspalten der großen Medienanstalten. Journalisten sollen neutral und umfassend berichten und nicht selbst Politik machen und versuchen, die Menschen zu beeinflussen. Ich möchte meine Meinung selbst bilden, aufgrund von korrekten Informationen. Aber ich muss mir nicht erklären lassen, was ich zu denken habe. Das mache ich selber. Das ganze Verhalten des Westens in der Ukraine-Krise ist von einer derartigen Aggressivität, die mir sehr zu denken gegeben hat. Die Darstellung der Massenmedien ist von einer derartigen Undifferenziertheit und Einseitigkeit, wie man sie eigentlich den großen Diktaturen vorwirft. Nie wieder Krieg. Und schon gar nicht mit deutscher Beteiligung gegen Russland. Nicht Putin spaltet, sondern die völlig einseitige Berichterstattung. Es geht jedoch nicht um Pro-Putin, Putin-Verstehen oder ähnlichen Quatsch. Es geht um die Fakten wie die, dass der Westen die Ukraine destabilisiert und eine ihr angenehmene Politik-Staffage aufgebaut hat und nun vor einem Scherbenhaufen von Inkompetenz und Dummheit steht. Da ich Ukrainer bin, in der BRD lebe, kann ich mir sehr wohl in diese Lage fühlen, zumal viele noch immer enge Freunde und Bekannte und auch meine Familie bis heute überall in der Ukraine leben. Es waren keine kleinen Fehlerchen von ARD, CDF, CNN, BBC etc., sondern fulminante Schnitzer und eine ganz grob einseitige, gar nicht differenzierte und vollkommen unausgeglichene Berichterstattung. Für mich ist die Glaubwürdigkeit unseres Staatsfernsehens auf unabsehbare Zeit schwer beschädigt. Und ich frage mich, was mir in meiner gutgläubigen Zeit so alles aufgetischt wurde. NDR, merkt ihr eigentlich, welche Meinung die Mehrheit der hier Kommentierenden hat? Ihr arbeitet in unserem Auftrag von unserem Geld an die Arbeit. Sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wir wünschen Ihnen noch einen guten Abend und machen Sie die, die noch gutgläubig alles auftischen lassen, auf unsere Sendungen aufmerksam. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020